Was ich hier mitgebracht habe, ist eines unserer Hinox-Triebwerke, wie so beim DLR in zahlreichen Versuchen getestet wurde. Der Vorteil von Hinox ist ganz klar, dass es ungiftig ist und einfach zu handhaben. Aktuell werden sehr giftige Treibstoffe für Satelliten eingesetzt und davon wollen wir wegkommen. Die Hinox-Technologie bietet durch diese einfache Handhabung geringere Kosten. Die Triebwerke können viel leichter getestet und entwickelt werden und dadurch ergeben sich signifikante Vorteile, gerade für den ganzen New Space Markt. Einfach zu handhaben, einfach zu testen, schnelle Durchlaufzeiten. Die Herausforderung, die wir momentan noch haben, wir müssen das Triebwerk noch in einer sogenannten Qualifikationskampagne evaluieren und testen, sodass es dann im nächsten Jahr erfolgreich auch ins All fliegen kann. Ich bin Lukas von InSpace Propulsion Technologies, eine Ausbildung des DLR-Instituts für Raumfahrtantriebe.